Die Bremerhavener sind definitiv im EM-Fieber. Was die bei uns hier momentan blündern an EM-Fanartikel, müssten wir eigentlich schon längst gewonnen haben. Das heißt, Ihre Artikel finden hier reißen im Absatz, kann man so sagen? Kann man so sagen, auch bei Freunden anderer Nationen, die definitiv alle auf der Seite unserer Mannschaft sind. Wie ist denn Ihr persönlicher Tipp? Wie weit kommen wir? Also ich würde sagen, ins Finale und wir gewinnen.